Hallihallo und herzlich willkommen bei Wir Müssen Reden, der NLP und Scrum Podcast. Als erster Podcast dieser Art verbinden wir zwei spannende Welten mit der Absicht für dich mehr Nachhaltigkeit in Agilität und deiner Persönlichkeitsentwicklung zu schaffen. Schön, dass du da bist. Los geht's. Ich muss nicht, ich soll nicht, ich will nicht, ich kann nicht, ich werde nicht, ich mag nicht, ich, genau. Alle diese schönen Wörter heißen Modaloperatoren oder auch Möpse. Heute geht's um Möpse. Viel Spaß. Hast du es schön, dass wir wieder zu zweit sind. Ja, endlich mal ein Podcast zu zweit. Ja, dafür, dass der Podcast Wir Müssen Reden heißen. Es ist eher, ich muss reden oder du musst reden zur Zeit. Genau, oder wir reden mit anderen. Aber ist ja gut, ja. Nein, schön, dass es klappt. Ja. Ja, ich hab was Tolles mitgebracht. Das passt sehr gut zum heutigen Thema. Und ich kann nur sagen, anschnallen. Das wird interessant. Ich kann das. Wenn ich nur darf, wenn ich soll, aber nie kann, wenn ich will, dann mag ich auch nicht, wenn ich muss. Wenn ich aber darf, wenn ich will, dann mag ich auch, wenn ich soll. Und dann kann ich auch, wenn ich muss. Denn schließlich, die können sollen, müssen wollen dürfen. Gut, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Schön, dass du heute zugehört hast. Das war's dann. Damit ist alles gesagt für heute. Wie du vielleicht schon festgestellt hast, geht es heute um, also sie nennen sich Modaloperatoren. Und das Problem, das wir heute angehen, ist, dass du bis jetzt noch nicht so ganz wach warst, was die in dir auslösen. Das bedeutet, klassisches Beispiel ist, den Satz finde ich zum Beispiel gut, der ist etwas einfacher, aber ständig müssen musst du gar nichts können, kannst du alles wollen, willst du nicht. Also in unserer Gesellschaft, ich bemerke das mal, ich fange mal beim jugendlichen DeLong an, kleinen DeLong, wenn meine Mutter mir früher gesagt hat, ich muss etwas machen, ich bin auf die Barrikaden gegangen damals. Also so müssen ist so, das ging bei mir überhaupt nicht. Also das war so, da habe ich mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, das dann zu machen. Meine Mutter hat dann verstanden, wenn sie mir sagt, kannst du oder darfst du das mal machen, dann habe ich es plötzlich gemacht. Also dann war es mir plötzlich nicht mehr so, also dann ging der ganz gut. Und da geht es darum, dass wir, auch wir uns selbst, behaupte ich mal ganz frech, und wir andere in eine schwierige Situation bringen, weil wir nicht klar haben, wie diese, wir nennen sie liebevoll Möpse, Modaloperatoren, was für eine Wirkung die in uns und in anderen Menschen haben. Und ich finde, dass du es recht schnell sehen und spüren kannst, wenn jemand bei Muss so, ich finde, das spürt man. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, David? Wie ist es bei Muss? Hast du gerade Möpse gesagt? DeLong, das ist ein jugendfreier Podcast. Oh, wo ist mir der rausgerutscht? Das sind halt Modaloperatoren. Ja, genau. Ein einzelner Mops ist ein Modaloperatoren. Das ist die Hundevariante. Genau, ja. Also genau, Möpse sind was Tolles. Ja, zurück zu deiner Frage. Oh Mann, was eine schräge Folge. Ja, also das mit dem Muss. Ich habe ja, also der aufmerksame Zuhörer hat es ja bestimmt rausgehört im ersten Satz. Ich mag auch nicht, wenn ich muss. Dann mag ich auch nicht, wenn ich muss. Das passt absolut. Also ich glaube, dass durch dieses kleine Wörtchen Muss, und das ist natürlich mega unterbewusst, ganz, ganz komische Reaktionen hervorgerufen werden. Und wenn du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dich vielleicht an der einen oder anderen Stelle in der Vergangenheit schon dabei erwischt hast, wie du einfach in Widerstand gegangen bist, ist, würde ich mal sagen, die Wahrscheinlichkeit sogar recht hoch, dass da jemand dir sprachlich was entgegengebracht hat, wo das Wörtchen Muss drin steckt. Vor allen Dingen, wenn du Gegenbeispielsortierer bist. Da hatten wir schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen. Das löst einen enormen Widerstand aus. Das ist faszinierend. Und dass da alleine nur, es hilft einfach, dieses Wörtchen umzudrehen. Summ-Summ, oder was? Summ-Summ, genau. Das hilft auch. Also anstatt Muss, Summ-Summ. Hilft, also stattdessen einfach zu sagen, wie ich darf das machen, ich kann das machen, ich soll das machen. Ich glaube, da hat jeder seine Präferenzen. Ich glaube, von den Leuten, mit denen wir bisher so gesprochen haben, ich glaube, das krasse Gegenteil ist darf. Also der funktioniert meistens. Bei dem einen oder anderen ist er sogar schon fast zu schwach dann. Bei mir funktioniert er super. Ich finde Dürfen super. Ja, den finde ich spannend. Ich möchte mal kurz zu dem Muss-Thema zurück, weil das, glaube ich ... Nicht zum Mops. Zum Mops. Wir können ihn auch Mops nennen. Wow, wow. Ich möchte mal zu dem kleinen Mops nochmal zurück. Mit dem Muss eine Idee für dich. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn dir jemand sagt, du musst, kannst du zwei Sachen machen. Du kannst erstens denjenigen freundlich darum bitten, mal ein anderes Wort zu benutzen, wenn du magst. Und die einfache Variante finde ich, dass du in deinem Kopf das Muss einfach ersetzt. Also das, was er dir gesagt hat, dass du ein Dürfen ausmachst. Oder ein Können oder was auch immer sich für dich gut anfühlt. Und dann einfach mal kurz prüfst, ob es dir damit besser geht. Dass du es leichter annehmen kannst. Weil ich glaube, derjenige macht das nicht mit ... Der hat das nicht klar, dass er dich damit in eine Bredouille bringt. Weil er möchte ja was von dir haben in der Regel, diese Person. Und ich würde den im Kopf drehen. Oder streichen dann einfach. Den ganz raus streichen. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Dass du dann merkst, wenn du das tust, dass es dir leichter fällt, offen in das Gespräch reinzugehen. Einfach als Idee. Ja, und vor allen Dingen auch erst mal in erster Stelle die eigene Bewusstheit dafür zu kriegen, dass diese Wörter den genannten Effekt haben. Also dass so ein kleines Wörtchen Muss so einen Widerstand direkt ausrufen kann. Das ist schon beeindruckend. Ich finde das schon interessant. Das kannst du für die Leute, die Kinder haben. Kannst du mal ausprobieren. Probier mal dein Kind mit dem Muss, sowas zu zwingen. Ich möchte mal sehen, wie gut das funktioniert. Ich habe damit schlechte Erfahrungen gemacht mit kleinen Kindern. Genau. Kleiner Tauben, du musst jetzt die Möhrchen aufessen. Nein! Ich finde es auch im Startup-Alltag sehr, sehr spannend. Also gerade für Selbstständige, auch für Unternehmer. Ich habe den Eindruck, dass dieser Satz schon Schwierigkeiten auslöst. Ich muss dem Kunden jeden Wunsch erfüllen, weil er mich bezahlt. Also ich baue jetzt mit Absicht diesen Zusammenhang mit ein, weil das ist ja das, was in den Köpfen von vielen Leuten bisher immer auch angekommen ist. Ich finde den schwierig, weil ich habe für mich festgestellt, du müsst gar nichts. Also ich weiß, der ist am Anfang gerade für viele Leute in der Selbstständigkeit schwierig, nur ich habe eine Feststellung gemacht und den kannst du mal für dich prüfen, wenn du schon länger selbstständig bist oder Unternehmen hast oder vielleicht auch gerade Schwierigkeiten mit deinem Kunden hast. Wer weiß, ich habe gelernt, Kunden, die mir nur Stress machen, im wahrsten Sinne des Wortes, denen sage ich mittlerweile nein. Es hat eine Weile gedauert. Die müssen gehen. Ja, die müssen, die müssen sprichwörtlich gehen. Die müssen gehen, die dürfen gehen. Ich habe festgestellt, dass es mich mehr Kraft kostet, diesen Kunden zu behalten und das Geld von ihm zu nehmen, anstatt die Energie aufzuwenden, dass du einen neuen Kunden findest, mit dem du Spaß hast. Also das ist, der ist im ersten Moment irgendwie so ein bisschen, nennt sich counterintuitiv, wie nennt sich das? Kontraintuitiv? Was ist das Gegenteil von intuitiv? Unintuitiv. Unintuitiv, deutsche Sprache, cool. Unintuitiv, weil ja, er bringt Geld nur, was bringt das Geld, wenn du damit mehr Stress hast und in der Zeit jemanden neuen findest? Also die 20 Prozent, die du damit verwendest, wenn du damit die aufwendest, um jemanden neuen zu finden, ich wette, dass du jemanden findest, mit dem du mehr Spaß haben kannst und der dann am Ende auch bereitwillig zum Beispiel das Geld zahlt, wenn es um die Zahlung geht oder sonst irgendwas. Also, denk einfach mal drüber nach, nur ich bin mittlerweile so, dass ich Kunden Nein sage. Ich finde das total wichtig. Das Wort Nein gehört auch als Unternehmer oder als Selbstständiger einfach mal dazu. Nee, ist nicht. Wie der kleine Tauben, der seine Möhrchen nicht essen will. Der sagt auch Nein. Ich bin ja bei euch, Kunde ist König und Nein ist auch in Ordnung. Ich finde, das darf auf gleicher Ebene auch laufen. Und ich finde den wichtig. Ich finde den persönlich sehr, sehr wichtig. Ja, und also auch da nochmal, ich glaube jetzt immer außerhalb vom Business-Kontext, auch im Privaten, wie oft am Tag dieses Wörtchen mir durch die Gedanken huscht oder auch einfach im sprachlichen Gebrauch, wie ich muss heute Abend noch dieses und jenes machen, ich muss heute Abend noch Sport machen, ich muss nachher noch da und da hinfahren, ich muss noch jenes, ich muss noch dieses. Das sind alles solche Formulierungen, wo ich mir denke, das löst halt jedes Mal Widerstand aus. Das ist hier einfach jetzt die Idee der heutigen Folge, da mal genau hinzuspüren, ob da wirklich dieser Widerstand entsteht. Meine Vermutung ist ja, also bei mir tut es das. Ich erwähne jedes Mal, wenn ich mich dabei erwische, dass ich das Wörtchen nutze, sage ich dann Nein, Halt, Stopp, Stopp. Zum, zum, genau, und formuliere den Satz einfach nochmal mit einem anderen Mops. Du nimmst den Mops an der Leine oder so? Ja genau, ich nehme den Mops an die Leine und ersetze den Mops durch einen anderen Mops. Wenn mir der eine Mops nicht gefällt, kriege ich einen anderen Mops. Es muss dann so eine Dogge, können ist ein Golden Retriever und was haben wir dann nochmals? Mal gucken. Nein, also die Formulierung wie, gut, jetzt bei Sport, wenn ich mir das jetzt so überlege, ich darf nachher noch Sport machen. Da würde ich jetzt sagen, ich möchte heute Abend noch Sport machen. Der hat mehr Kraft, oder? Ja, das glaube ich mir auch viel mehr. Ich möchte heute Abend Sport machen. Da ist die Motivation mit drin, weil ich darf heute Abend Sport machen. Ja, nur der macht jetzt in dem Sinn, also der wird mich jetzt nicht wirklich irgendwie bewegen. Ja, ich muss heute Abend Sport machen, da denke ich mir, boah, echt jetzt? Oh, weiß ich nicht. Was passiert, du solltest heute Abend noch Sport machen? Deutlich besser als müssen, ist aber schlechter als ich möchte. Also bei ich sollte, das ist so, ja, stimmt. Ja. Ist das so ein strafendes? Nee, 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 sollte ist, ich weiß, stimmt, sollte ich tun, aber da ist doch diese Hintertür. So, ja, ich sollte, aber ich habe keinen Bock. Der geht noch, ja. Wenn ich möchte, dann ist das, dann arbeite ich nicht gegen mich selbst. Dann ist da die Motivation dahinter und dann ist das so, ja, da ist eine schönere Energie dahinter. Um das mal in der wo-wo-esoterischen Sprache wie auch immer auszudrücken. Ich finde, das Wörtchen sollte auch sehr, sehr spannend ist. Zum Beispiel, was ich, woran ich mich noch erinnere, ist, im typischen Startup-Alltag, der, also, ich war gefühlt das Mitte für alles. Wir haben da schon viel zu tun, das sind viele Aufgaben gleichzeitig, da geht es auch um Fokus. So, was ich jetzt gemerkt habe, an dem Punkt, an dem wir Mitarbeiter einstellen wollen, kam immer dieses Hoch, oh, ich sollte diese Stellenausschreibung jetzt noch machen. Also, ich habe gemerkt, dass dieses Ich-Sollte hat damals dazu geführt, dass ich immer wieder geschoben habe. Also, ich habe diese Stellenausschreibung, glaube ich, bis mir jemand auf die Finger gehauen hat, ich so, oh, ich sollte das jetzt eigentlich noch machen. Ja, genau, das ist doch dieses Hintertürchen, was noch einfach offen ist. Das ist nicht ganz wichtig genug. Ich glaube, da hätte mir der Ich-Muss-sogar geholfen. Ja, genau, das ist dann keine schöne Energie, der ist blöd, nur dann werden die Sachen zumindest erledigt. Also, das ist dann der Vorteil davon, je nachdem, wie du als Zuhörer und liebe Zuhörerin tickst. Ich meine, der Worst Case ist natürlich, sich selber dazu zu zwingen, uns dann trotzdem nicht zu tun. Dann hast du die schlechte Energie und hast es nicht gemacht. Der wäre natürlich mies, aber das passiert dir natürlich nicht. Nein, ab jetzt machst du alles sehr, sehr bewusst und merkst, was du da tust. Ich finde, wollen schon ... Ich will das jetzt ... Es fühlt sich gut an. Wollen ist gut. Ja. Doch mit dem Wollen kriege ich mich auch dazu, einiges zu machen. Ich will das jetzt erledigen. Finde ich gut, ja. Ja. So, der nächste spannende Mops ist Können. Den finde ich auch cool. Der wird nämlich, glaube ich, auch ganz inflationär genutzt und an einer vollkommen falschen Stelle. Wir hatten es in einer anderen Folge schon mal. Also sowas wie, ich kann da nicht oder ich kann zu dem und dem Zeitpunkt nicht. Ich bin mir nicht so sicher, ob das nicht dann vielleicht eher wollen das richtige Wort gewesen wäre an der Stelle. Das Ehrlichere. Ich glaube, das Ehrlichere ist an der Stelle Wollen. Ich merke das auch. Es gibt auch bei meinen lieben Kunden, wenn ich die betreue, es gibt darunter Menschen, die sagen, ich kann das nicht. Also, das ist ein ganz konkretes Beispiel. Ich kann die Preise nicht erhöhen. Also das ist so dieses ... Der ist noch weich und derjenige scheut sich davor. Scheuert? Scheut sich. Okay. Scheuern ist was anderes. Ja, ich hatte komische Bilder gerade im Kopf. Nein. Ich kann die Preise nicht erhöhen und das ist ein Satz, den ich gerne auch bei meinen Kunden höre, wo ich sage, du kannst oder du willst nicht erhöhen. Und was ich dann frage ist, was passiert denn, wenn du zum Beispiel jetzt die Preise erhöhen würdest? Und dann kommt da ziemlich schnell raus, dass das Bild und das, was sie sich vorstellen, was dann passiert, ist nämlich, dass die Kunden wegrennen. Also, ich habe oft den Eindruck, dass sie dann denken, ja, wenn ich jetzt die Preise erhöhe, dann sind die Kunden weg oder dann stellen die Kunden komische Fragen oder dann kaufen die woanders. Und das passiert erst mal nur im Kopf der Person. Also, das passiert erst mal nur im Kopf dieser ... Und das mal zu hinterfragen, zu ... Hä? Was ist daran so schlimm? Was soll denn passieren? Also, das ist, finde ich, schon, das nimmt den Leuten dann oft, oder das hilft den Leuten dann zu verstehen, dass sich die ganze Nummer in ihrem Kopf abspielt. Und dann, wenn sie die Preise erhöhen, stellen sie oha, stellen sie fest, aber die Leute zahlen es trotzdem. Oder es gibt Kunden, die bereit sind, das zu zahlen. Mhm. Ja. Also, das ist zumindest mein Eindruck. Und da spielt dieses Können schon eine Rolle, finde ich. Ja. Ja, und dann haben wir noch ... Was wird denn noch ganz oft genutzt? Sollen haben wir können, haben wir müssen. Dürfen. Wie gesagt, dürfen ist in vielen Kontexten, finde ich, schon sehr schön zu benutzen. Ich darf mir auch mal was gönnen. Ja, und bei dem, finde ich, der ist zumindest bei mir, wenn ich mal kurz spüre, der ist halt sehr weich. Es kann bei mir schon passieren, wenn ich ... Also, Labrador weich oder Golden Retriever weich. Wenn ich darf benutze, das ist ... Ich finde, darf ist bei mir optional. Also, bei mir ist darf optional. Bei darf ist bei mir nicht garantiert, dass ich's mache. Nee, garantiert ist es nicht, das stimmt. Nur, es ist von dem ... Es ist sehr liebevoll, würde ich sagen. Ja, genau, es ist einfach weich. Es gibt eine Menge Optionen, ob's jetzt getan wird oder nicht. Ja. Und es nimmt auf jeden Fall mal den Druck raus. Also, sowas wie, ich muss mir mal wieder was gönnen. Aha. Oh, das fühlt sich so zwanghaft an. Ja, genau, das ist irgendwie eklig. Ja. Auch wenn das definitiv stimmt, nur ... Da ist schon von vornherein irgendwie ein blöder State. Also, das ist, weiß ich nicht, das macht doch keinen Spaß. Das klingt doch schon blöd. Ich finde, das Schwierige an der Situation ist, du gewöhnst dir ja gewisse Sachen an. Und was mir wichtig ist, dass du mal merkst, was es in dir auslöst. Weil Menschen ... Ich hab auch einen sehr lieben Kunden, der zwingt sich mit dieser Muss-Situation in die schrägste Situation rein. Und auch in ein gewisses zwanghaftes Verhalten rein, wo ich sag, das ist nicht förderlich für dein Gehirn? Lass den Scheiß. Also, hör damit auf, weil damit gewöhnst du dir echt komische Sachen an, wenn dieser Zwang da damit rein ... Weil es gibt zum Beispiel auch den schönen Satz ist, auch wenn es den Leuten nicht gut geht oder wenn es mal nicht so ist, du musst funktionieren. Der Satz ist, finde ich, eine Katastrophe. Also, weil damit zwingen sich die Menschen da draußen, etwas zu tun, was ihnen gar nicht gut tut, bis es dann wirklich zu spät ist. Also, das ist so ... Den finde ich nicht ... Überhaupt nichts musst du. Das ist auch immer okay, wenn du mal stoppst und mal innehältst und mal eine Pause machst oder dir was gönnst, was auch immer das ist. Finde ich total wichtig. Ja. Ja. Ich überlege gerade, ich habe tatsächlich keine Antwort drauf. Ich habe mich gerade gefragt, woher kommt denn der? Wo wird denn der verkorkst? Der Satz, du musst funktionieren, oder was? Nee, ich meine generell, das mit den Möpsen. Wo wird der verkorkst? Ich weiß nicht, wo du deine Weinen verkorkst. Ich weiß es nicht, was du ... Nimm den Korken raus, David. Ah, okay. Okay, Problemkirche. Ja gut, das ist vielleicht noch mal eine Sache, da können wir noch mal drüber nachdenken, noch mal eine extra Folge zu machen. Ja. Also, warum da die Modaloperatoren in meiner Meinung nach komischen Situationen benutzt werden. Gut, natürlich, die einfache Antwort ist, die Eltern sind immer schuld. Das ist klar. Und der ist jetzt halt nicht so wirklich hilfreich. Nee, nicht wirklich. Ja. Spielt auch keine große Rolle. Was ich ganz cool finde und was der David auch vorgeschlagen hat, ich finde die Idee ganz gut, ich finde die Übung schön, die habe ich selber auch mal erlebt, ist, jetzt sagen wir so ganz salopp, ja, musst mal in dich reinfühlen. Oder fühl mal in dich rein. Nur was du mal als Übung machen kannst, wenn du magst, ist ... Du darfst. Darfst, du darfst auch die Übung machen. Summ, summ, summ. Es gab mal diesen tollen Joghurt, glaube ich, ne? Hießt die nicht so? Von du darfst. Ich erinnere mich noch an die Werbung. Ist marketingtechnisch an sich ziemlich genial, fällt mir gerade ein. Ja, das du darfst zu nennen. Ja, das war mir nicht bewusst bis gerade eben. Brillant. Du bist noch zum Marketingexperten, David. Ja, auf jeden Fall, die Übung ist, ganz nett ist, und zwar, du schließt deine Augen und sprichst mal laut aus, bei irgendwas, was du jetzt gerade vor dir liegen hast, ich muss jetzt noch die Steuererklärung abgeben. So, und was du dann mal machst, ist, dieses Muss, wenn du dir das in deinem Kopf vorstellst, wie weit das von dir entfernt ist, also vom Bild, und wie sich's bei dir anfühlt und auch wie sich's anhört. Also bei, es gibt auch Leute, bei denen hört sich das, beim Muss kommen zum Beispiel, weil der David gesagt hat, die Eltern stimmen. Da kommt eine ganz strenge Stimme von irgendwie, auch aus einer bestimmten Richtung. Dann probierst du mal zum Beispiel, kannst, also ich weiß zum Beispiel, dass bei mir kann, ist ganz nah dran und auch groß und fühlt sich auch sehr, sehr gut an. Müssen ist bei mir maximal weit weg. Also müssen ist bei mir, damit kannst du mich sprichwörtlich jagen, mit dem Wort müssen, weil das so weit weg ist, also ich krieg da auch Stress drauf. Also es kommt auf die Situation und auch auf meinen eigenen Zustand in dem Moment. Echt, das ist super weit weg bei dir? Ja, müssen ist bei mir weit weg. Ach, das ist ja faszinierend. Bei mir ist Muss, also bei mir entsteht der Druck dadurch, dass das Bild, das ist total nah dran, das ist überlebensgroß, das ist quasi direkt an meine Nase getackert. Super intensiv, super groß, super nah. Nee, bei mir ist Können, Können ist relativ nah bei mir und groß. Der geht bei mir gut. Na, guck. Müssen ist am weitesten weg. Das muss ich gerade überlegen. Dann kommt Dürfen, kommt nach Nee, Dürfen kommt zwischen Müssen. Also es kommt Können, Wollen oder Will, Dürfen und dann Muss kommt ganz am Ende. Und Muss hat so, ich glaube, bei mir liegt es nicht an der Distanz, sondern bei mir liegt Müssen, da ist eine ziemlich strenge Stimme drauf. Ich glaube, es ist, ich glaube sogar, es ist meine Mutter, die Stimme meiner Mutter bei dem Müssen. Sag ich doch verkorkst. Das ist eine sehr strenge, bei mir liegt es am Ton praktisch, an der Art der Stimme, die mir den Stress macht. Naja. Genau, auf jeden Fall, du merkst, der David hat die Übung auch schon mal gemacht, damit kannst du relativ leicht prüfen, oder darfst du relativ leicht prüfen, wie es sich für dich anfühlt und auch gegebenenfalls, wessen Stimme das ist oder von wo die kommt oder wie nah das weg ist und so weiter. Und spiel mal damit, um rauszufinden, wie es sich bei dir anfühlt, dieses Ding. Genau, also um es nochmal, vielleicht nochmal kurz die Übung zusammenzufassen, nimm einen Satz mit einer Tätigkeit, wie zum Beispiel, ich muss heute die Steuererklärung machen. Schau mal, überprüf mal für dich, wo sich das Bild bei dir befindet und gerne auf allen anderen Kanälen auch, das haben wir ja schon in den vorherigen Folgen besprochen, also wie nah ist das Bild und Farbe, schwarz-weiß, Töne und so weiter und so fort. Und dann ersetzt du den Modaloperator und überprüfst, wie sich das Bild verändert. Ich darf heute die Steuererklärung machen, ich werde heute die Steuererklärung machen, ich kann heute die Steuererklärung machen, ich soll heute die Steuererklärung machen, ich möchte heute die Steuererklärung machen. Ich summe heute die Steuererklärung. Ich summe heute die Steuererklärung. Genau. Ich glaube, das sind alle Möpse. Ganz wichtig noch, schließ die Augen. Das ist total hilfreich für dich, damit fällt es dir leichter, die Bilder klar zu kriegen. Genau. Ja, genau. Ja, du kannst das. Du schaffst das. Tschakka. Sehr schön. Gut, also da gibt es natürlich keine Option, du musst nächste Woche wieder mit einschalten, das ist ganz klar. Ganz geschickter, bitte. Nein, natürlich nicht. Du darfst hier jederzeit einschalten, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du wieder mit dabei bist nächste Woche. Danke auch diese Woche fürs Zuhören und fürs fleißig weitererzählen, deinen Freunden, deinen Familien, deinen Kindern, was auch immer, erzähl jedem von diesem Podcast. Lass uns gerne bitte eine E-Mail da oder ein Feedback auf iTunes beziehungsweise Apple Podcasts auf allen gängigen Plattformen. Und dann viel Spaß beim müssen, wollen, surfen, surfen, genau, sollen, dürfen, können. Surfen, 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 dürfen, Ja, ich glaube, wir sollten Schluss machen. So kann das weitergehen. Auf Wiedersehen, ihr Lieben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zur nächsten Woche. Wuhu. Zum so. Bis zum nächsten Mal.